Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde League of Legends und wir sind wieder mit Jinx am Start, meiner bis jetzt Lieblingsfigur. Okay, so lange spiele ich das jetzt noch nicht, aber das ist so der Champion, mit dem ich bis dato am besten zurechtkomme und die auch immer einen flotten Spruch auf Lager hat, auch wenn sie manchmal ein bisschen bekloppt sind, aber egal. Wir sind ja alle ein bisschen bekloppt. Okay, alles klar, wir passen auf. Dann bin ich mal heute doch sehr gespannt, oh jetzt sind wir hier schon zu dritt auf der Lane, hervorragend, wie wir überhaupt zurechtkommen und wie das dann so mit dem Zusammenkämpfen ist. Ah, der spielt den guten alten Graves. Ich habe vor der Aufnahme eine Runde gespielt, die ich dann auch aufnehmen wollte oder aufgenommen habe, wo es dann, ja, da waren dann die meisten von den Spielern, die alle irgendwo alleine auf der Lane kämpfen wollten, damit sie mehr Kills bekommen und aufleveln können. Und weiß ich nicht. Da frage ich mich einfach, ob die den Sinn des Spiels nicht so ganz begriffen haben. Aber ich sehe gerade, niemand ist auf der Top Lane und das ist, glaube ich, nicht ganz so locker und lustig. Die kämpfen da. Okay. Wir werden dann netter drum gebeten, dass wir auf die Top gehen sollen. und ich glaube dass das werden wir jetzt gleich mal machen aber erst mal gucken wir dass wir den turm hier ein bisschen platt kriegen ja lauf mädchen lauf okie dokie wo ich glaube wir haben besser ab und haben wir gleich durch den arsch voll okie dokie ja ich auch so dann werden wir noch mal den turm hier schön angreifen oh da kommt der oh oh schnell weg hier schnell weg hier alter dich krieg ich noch dich krieg ich noch warte ich krieg dich oh scheiße 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 jetzt aber ja genau stirb einfach und wir kriegen weil den kriegen war jawohl wir haben ihn aber wir sind oh das sieht nicht gut aus für uns ok da kommen wir doch wir müssen dringend energie haben entweder ziehen wir uns jetzt gleich zurück oder das sieht gut aus oder kommt er wieder wollen wir haben auch gekriegt oder kommt ihr schon wieder bekommt ihr denn schon wieder her so jetzt kommen wir kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir jawohl ja wir sind im blutrausch und los geht's auf den turm den kriegen wir jetzt kriegen wir ihn da kommt er schon wieder oh scheiße 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 nein er hat uns diesmal dann doch gekriegt ja das ist schlecht genau voll egal so wir kämpfen uns jetzt nochmal durch und jetzt glaube ich wir gehen mal zur top lane weil da ist niemand und kein mensch kümmert sich drum dann machen wir das jetzt einfach mal und dann hoffe ich mal dass wir da nicht direkt einen auf den sack kriegen ja aber was ich noch sagen wollte also ich finde das schon hier das ist halt so ein teamspiel und ja getötet und dass da immer noch leute bei sind die das nicht begreifen oder einfach nur nur einfach aufleveln wollen ich zähl bis 10 ja dann gibt es 10 wow alter was ist denn das für ein kackstiefel wow heavy heftig heftig hier müssen wir aber jetzt echt aufpassen der kollege ist gefährlich so so eben aufleveln zack und los geht's oh der fliegemann da den müssen wir uns noch holen der ist gefährlich jetzt so zack bist du fällig mein freund da kommen die kollegen zur unterstützung hervorragend so so den haben wir auch nein 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 das war der falsche weg so jetzt erstmal hier genau mal schauen ob wir den turm nicht schaffen und 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 das sieht nicht schlecht aus für uns aber da kommen die kleinen und da kommt ja da kommt er schon wieder also der ist heftig weiter weiter den turm kriegen wir den kriegen wir jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber sowohl den turm haben wir bekommen so jetzt haben wir den noch mal eben kurz im popo hier und dann geht das weiter aber in der zeit wo ich das spiel jetzt hier suchte wie man das so schön sagen kann lernt man schnell dass man nur im team hier überlebt weil alleine hat man hier relativ wenig chancen wow scheiße scheiße naja mach dich vom acker mein freund wir können uns auch jetzt nicht heilen scheiße 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 und rückzug und los geht's so jetzt seid ihr fällige kleinen kackstiefel so warum zieht sie immer auf mich alter komm mal ab hier bist du doof oder was oh noch 40 sekunden nein okay neues spiel neues glück und los geht's unten ist wieder niemand oben sind sie da müssen wir unten schnell die rücken auf der untersten legen ganz schön nach vorne meine fresse dann treffen wir wieder auf unseren freund den blondschopf ja dann wollen wir mal gucken jetzt dass wir hier die runde auf jeden fall schaffen aber das ist schon wichtig dass man hier im team spielt und dann kann man trotzdem aufleveln und seine kills machen und los geht's und los geht's die nächste runde okay okay das sieht doch das sieht gut aus für uns das gehört alles zum plan den ich mir gerade ausgedacht habe ja der aber glaube ich nicht so wirklich funktioniert so jetzt geht's hier weiter meine herren gesandtswein oh scheiße oh nein wir kriegen voll auf den Sack wir kriegen voll einen auf den Sack Hilfe 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 scheiße wir haben direkt zwei Mann hinter uns Hilfe Hilfe oh ich glaube wir werden sterben wir werden sterben wir werden drei Mann nein das schaffen wir nicht das war zu viel für uns drei Mann sind zu viel wow das sind zwei zu viel scheiße drei Kollegen jetzt kriegt er aber einen dafür kriegt er jetzt einen auf den Sack nee nee geht nicht okay dann wollen wir mal gucken ich auch ich auch so also mal gucken oh shit aber jetzt werden wir das hier schaffen jetzt kriegen die Kollegen voll einen auf den Sack komm weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier so jetzt kriegst er aber einen auf den Sack du kleiner Spacko nein 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 oh nein ja gut die Technik war jetzt nicht so überwältigend da hätten wir uns besser zurückgezogen und nicht nach vorne gestratzt aber hinter ist man immer schlauer ein Gegner wurde getötet ich habe mal Tests Doppeltötung jetzt geht es los hier gut wir müssen mal ganz schnell unserem Freund hier zur Hilfe kommen so dann wollen wir mal gucken schakalaka laka 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 so und los geht's tja genau wir haben Chaos anrichten wow alter jawoll scheiße der Typ ja 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 ich hau ab ja ich hau ab oh wir sind schon leck wir haben es aber heute wow wir sterben heute hier am laufenden Band also das ist eine harte Runde mal eben ja okay ja das tue ich ja schon die ganze Zeit aber irgendwie bringt uns das nicht viel so jetzt geht's hier weiter also Heifisch Granatenwerfer oder Raketenwerfer so jetzt müssen wir mal gucken dass wir da irgendwie zum Ziel mal kommen aber wir bewegen uns nach wie vor irgendwie auf der Stelle habe ich zumindest so ein Gefühl so dann gucken wir jetzt mal dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen uns die Position ausbauen ja kommt Kinders wir schaffen das so wo ist es denn ne wir brauchen keine Gründe wir kämpfen einfach so oh scheiße schaffen wir den nein wir schaffen den nicht wir schaffen den Turm noch nicht aber vielleicht in der nächsten Runde jetzt dass wir ihn da schaffen so wir brauchen Unterstützung 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 nein nein da kommt er schon wieder wow alter ist der stark boah der ist ja auch richtig stark ja wir gleich auch wieder alter Schwede boah der kriegt uns dann immer noch ne ich auch nicht wow also das wird glaube ich keinen so schnell geben ich glaube wir werden mal wieder sterben das ist echt eine harte Runde heute meine Fresse ja wir sind wieder tot okay hätten wir besser einen Rückruf gemacht aber okay jetzt ist sowieso zu spät dann müssen wir mal gucken dass wir in der nächsten Schlacht besser werden ja wir ballern schon die ganze Zeit rum Schätzchen jetzt bleibt mal ganz entspannt ein Gegner wurde getötet ja das ist gut ein Gegner wurde getötet Doppeltötung ein Verbündeter wurde getötet ich denke nach okay ich bin fertig okay jetzt gleich sind wir wieder am Ziel unserer Träume und dann werden wir den nochmal richtig einheizen und diesmal werden wir ein bisschen vorsichtiger sein wir haben keine neuen Waffen so jetzt geht es los hier okay wow oh shit okay da kommt unsere Verstärkung so jetzt geht es aber los hier verdammte Hacke nochmal okay zack aufleveln du bist meine liebste Kugelverschwendung legendär langweilig okay so und jetzt auf zum nächsten Tom jetzt müssen wir mal gucken hier das sieht nicht schlecht aus für uns glaube ich ja aber jetzt nicht mehr jetzt sind wir genug gestorben für heute okay jetzt aber auf den Turm wow ja hier erschießen sie alle wow das geht ja richtig fix hier nein jetzt kommen die erst schon wieder nein 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 oh scheiße 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 ja heil er haut sich wieder ab so da machen wir die im Platz ah da kommt er wieder nein den kriegen wir nicht den kriegen wir nicht den kriegt uns der kriegt uns der kriegt uns scheiße 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 ja ihr wurdet getötet zum 225.000 Mal super das ist echt die härteste Runde die ich bis dato gespielt habe meine Herren Gesangsverein wow heftig tja wer will schon brav ist ja auch langweilig deswegen spielen wir auch Jinx jetzt lassen wir mal gucken wir sind wir kommen hier irgendwie nicht heute so richtig in die Pötte also es geht immer so hin und her und vor und zurück irgendwie ja gut Nasus ich fackel auch gleich alles ab wenn das hier nicht funktioniert verdammte Hacke nochmal so jetzt greifen wir nochmal hier unten rum an und hoffen mal dass es jetzt ein bisschen besser läuft scheiße rückzug rückzug ah da kommen unsere Kollegen jawoll so dann komm mal schön hier rüber na komm du komm 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 so jetzt bist du fähig voll so die kriegen wir jetzt auch so aufgelevelt haben wir und weiter geht's ok dann wollen wir mal schauen wie es jetzt hier weiter geht meine Herren Gesangsverein gut Turm ist immer gut ja ganz ehrlich wirklich haben wir einen Turm zerstört so und los geht's warte ich sag gleich was echt cooles so die haben wir auch so heilen und los geht's wow das geht ja jetzt mal richtig fix hier voran wow mal gucken wie weit wir kommen wir sind beim nächsten Turm ah das ist das letzte Stückchen dann haben wir den Platz wir haben ihn ja wir haben ihn so jetzt sind die kleinen Versallen auch noch dran aufgeregelt zack und weiter geht's okay da oben ist wieder mein Freund der dumme Bulle so ich muss mal gucken dass wir den hier auf jeden Fall ich brauche Hilfe ja Panik aber was für eine Panik euer Team hat einen Turm zerstört ja 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 terminiert so und los geht's so ein bisschen weiter schießen dann kriegen wir den noch dann schießen wir den voll in den Rücken wow scheiße wir haben nicht wieder nein 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 das ist nicht gut das ist gar nicht gut scheiße ja stirb scheiße super wir sind direkt zu unserem Gegner ja direkt dem Gegner in die Arme gelaufen super das war mal eine Überlistungstechnik haben wir uns selber überlistet jawohl ach das sind unsere Kollegen alle gestorben okay jetzt gehen wir nochmal auf die Top Lane vielleicht haben wir da mehr Glück weil da unten kommen wir irgendwie nicht in die Pötte schauen wir mal was wäre dann so jetzt geht's los hier oh wow alter wir kriegen hier voll den Arsch versohlt jawohl so jetzt aber jetzt kriegen sie aber den Arsch voll meine Fresse oh das sieht gut aus wir kommen voran wir kommen voran ja okay er braucht schon Gründe okay ah Alice da oh shit boah boah heftig und wir waren wieder mit dabei der getötet worden ist ja supi tja wo war ich oh hier unten oh sie rücken immer weiter vor scheiße wir müssen was tun aber ganz schnell die sind schon ja super wir müssen jetzt unseren Turm hier ganz schnell verteidigen okay das hätten wir schon mal ein ein verbindeter wird getötet was soll schon schief gehen unaufhaltbar ja okay okay das schaffen wir schaffen das schaffen das schaffen das wow das geht ja mal richtig ab das Gewehr krass egal lass uns rumballern ja das machen wir doch schon und weiter geht's okidoki 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 aber ich muss sagen das ist wirklich die härteste Runde die ich bis jetzt gespielt habe hier das ist richtig krass meine Fresse also der Gegner strengt sich mächtig an kann man nicht anders sagen aber trotzdem macht es Riesenspaß gar keine Frage weil zu leicht wäre ja auch doof mal gucken wie weit wir jetzt kommen ok aufgelevelt haben wir schon wieder alles wegmetzeln hier du bist fällig mein Freund du bist fällig du bist fällig ich krieg dich ich krieg dich du Sack oh scheiße 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 der Team hat einen Inhibitor zerstört ok da kommt ja wieder und gucken ob wir den turm ausschaffen das sieht nicht schlecht aus das könnten wir schaffen halt drauf weiter halt drauf das schaffen wir und wir haben jawohl genau wir haben dieses spiel gewonnen supi damit danke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen es hat wieder einen riesen spaß gemacht und freue mich wenn ihr beim nächsten mal auch wieder einschaltet bis dahin leute tschüss